Satz des Pythagoras Hallo Peter! Hallo Hannah! Und wie läuft's bei dir? Gut vorbereitet für die Arbeit? Naja, nicht wirklich. Satz des Pythagoras haben wir. Das hab ich noch nicht wirklich verstanden. Also wenn du da Hilfe brauchst? Ich hab da echt Ahnung von. Ich kann dir das gerne eben erklären. Das ist ganz einfach. Oh ja, bitte! Also am einfachsten kann ich's dir mit Schokolade erklären. Wir nehmen einfach Schokolade und legen die quadratisch an die Katheten an. So, aus diesen zwei großen Quadraten können wir das ganz große Quadrat bilden. Nämlich das, was an der Hypotenuse liegt. Wie du siehst, ist kein Stück dazugekommen. Einmal die Kathete A. Und da lag ein Quadrat. A Quadrat. Genau. Und die Kathete B? Da lag auch ein Quadrat. B Quadrat. Und bei der Hypotenuse C? C Quadrat. Genau. Denn C Quadrat besteht aus B Quadrat plus A Quadrat. Ah, verstehe. A Quadrat plus B Quadrat ist gleich C Quadrat. B Quadrat. B Quadrat. E B Quadrat. B Quadrat. B Quadrat. Untertitelung des ZDF, 2020